hallo meine damen und herren zum zweiten teil des vorgestellten videos der neuartigen spitzen handeln vor sie werden sich garantiert erinnern es geht um diese spitzen handeln jetzt zwei stück also unkosten 75 cent 1 50 für die flaschen und das wasser darin so diese sterne will ich auch noch zu hilfe nehmen das sind die tarot vorbereitet ein paar sagen dieser neuen kino dennoch sechs kino dann haben sie sowas das hat natürlich auch den vorteil jetzt hier dieses handelteilen das ist ausbalanciert das ist natürlich wenn man nur auf einer seite so nahm glatt dann neigt man dazu zur seite zu kippen man kann beide seiten zugleich trainieren ja möglicherweise ist das eine ziemlich billige lösung aber besser diese lösung als keine lösung besser man macht es so dass man gar keinen sport so ich bedanke mich mal und sage tschüss bis zum nächsten mal